Wärm dich warm mit deutschen Pellets. Deinem modernen Brennstoff aus der Heimat für die Heimat. Nachhaltige Forstwirtschaft sichert Holzversorgung und schützt die Umwelt. Für deine Pellets muss kein Baum weichen. Wir verwenden nur energiereiche Holzreste aus regionalen Sägewerken. Mit unserer heimischen Produktion schaffen wir Arbeitsplätze und tragen ökologische Verantwortung für nachfolgende Generationen. Unser hauseigenes Labor kontrolliert eingehende Sägespäne und später deine Pellets. Wir sind Technologieführer und wir können deine Pellets mit unserem einzigartigen DFT-Verfahren in reiner Wasserdampfatmosphäre trocknen. DFT steht für allerhöchsten Heizwert. Naturrein und unter hohem Druck gepresst entsprechen deine Pellets den Zertifizierungen DIN Plus und EN Plus. Ob lose oder abgesackt, deutsche Pellets sind Energie für jedermann. Hol dir jetzt deine Pellets nach Hause und genieße naturreine Pellets und sparsame, mollige Wärme. Deutsche-Pellets.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017